Musik Komm noch viel, viel höher Oh, wir mussten ein bisschen Glück haben Ah, warum geht der zu Seide? Blöder Controller Mist kaputt Mist kaputt Hopp Mach mal So Hopp Ne Ach, diese Wand Das ist auf jeden Fall die höchste Wand Die gerade ist Wo man hochkommt Oh ne, nicht wieder daneben Komm, Junge Auto weg Ich hab davon nix gesagt Hast du Rennen? Rennen Welche Rennen hast du? Ich hoffe Ich komm da mal hoch Ah Mist Jetzt stand ja der Weg Ne, das würde zu lange dauern Mist Jetzt aber komm Hopp Oh, das war schlecht, Leute Hm, hopp Jetzt aber komm, komm Das Hm, hopp Warum will der nicht gerade? Hm, hopp Nein Nein, wieder nicht Nein, wieder nicht Hm, hopp Alles muss besser gut werden Hm, hopp Oh, Entschuldigung Kann passieren Hopp Schwere Belästigung War das Da kommst gar nicht mit dem Motorrad hoch Lass das mal Das wird nix Da kommt man an so ne Wand nur mit dem Fahrrad hoch Hm, hopp Ja, cool Jetzt geht das schon wieder nicht Keine Ahnung, warum nicht das geht Da kommst du nie drauf Niemals Hm, hopp Weil das Fahrrad rastet ein Motorrad nicht Weil das Fisch steht ja nicht Aber das ist monatelange Übung Da sitzt man Monate dran Wirklich, jeden Tag ne Stunde mindestens Mal schauen mal, da saß ich da drei Stunden drin Komm Ah So Hm Hopp Nein Aber jetzt geht das schon wieder nicht Weil ihr Blödsinn baut Keine Ahnung, warum Hopp Teoretisch kann man nur mit dem Motorrad fliegen Also die Kante kann man runterspringen Ja Dann kann man einen ganz großen Stunt versuchen Das würde funktionieren Hä, warum geht das jetzt gar nicht mehr Das geht nur, wenn es ganz, ganz ruhig ist In der Lobby Hat einen großen Einfluss darauf Auf Wände Hast du eigentlich, äh, ein Normales Rennen Autorennen Aber markierte Rennen Nicht selber erstellte Die von Rockstar Die von anderen Leuten erstellt worden sind Und dann musst du keinen Kontakt einstellen Kein Kontakt Und eine Runde reicht aus Sonst regt man sich auf Eine Runde Das ist das Wichtigste überhaupt Mist So, jetzt kommt mal Korak Gib Gas Hier geht nicht mehr Keine Ahnung, warum Wenn es unruhig in der Lobby ist Dann kommt man die Wände nicht hoch Dann wackelt alles Lad doch ein Ich verstehe nicht Erst fragen die Dann wird es aber doch nicht gemacht Noch Komm, gib Gas Schaffst du aber, Korak? Nein Na los, lad ein Ich warte schon wieder Hopp Ja, der funktioniert gar nicht Ja Sobald es unruhig ist Ja, der funktioniert gar nicht Holy shit So Uh Hops 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 Nicht rammen. Hopp. Ah. Weiß nicht, manchmal geht das doch wieder nicht. Bitte nicht im Weg stehen. Nicht im Weg stehen. Was soll das denn? Hopp. Ah, hopp. Naja, ein paar Mal haben wir es hier jetzt so hoch geschafft. Friedrich, lade doch ein. Ah. Ich warte die ganze Zeit. Was soll das jetzt, das Auto hier vorzustellen? Stell das mal bitte jetzt weg hier. Manche Leute sind schwer vom Begriff. Auto weg, bitte. Warum schlagen? Ich habe doch gar nichts von gesagt, von schlagen. Hopp. Ah. Schlecht. Ey, die haben jetzt einen Kopf, manche Leute. Na los, Kokura. Das schaffst du. Aber nicht mal heute. Ja, gut, dann machen wir das nicht mehr. Schlechte Laune, aber es ist Kokura. Friedrich, warum ladest du nicht ein? Nein, ich warte schon die ganze Zeit. Schon ein paar Mal gesagt. Versteht das nicht bei manchen Leuten. Ich habe doch das Headset an. Hört man doch. Die sind ja nicht ganz stumm. So, das war es mal wieder von dieser Folge. Am Tag kommen zwei Folgen raus. Einmal geht ihr auf der PS3 und einmal geht ihr auf der PS4. Und am Freitag das News Video, was wir am Wochenende machen. Ansonsten, wenn ihr noch mehr sehen wollt, stüppert ein bisschen die Playliste durch. Und danke fürs Einklicken. Ciao.